Der Campingplatz Tamaro in Tenero existiert seit 60 Jahren. Doch erst 2006 hat ihn die Familie Zannolini erstanden und professionell in die Liga der besten Plätze am Lago Maggiore geführt. Ein Fünf-Sterne-Campingplatz direkt am See inmitten von Palmen und Blumen. Seine familiäre Atmosphäre macht ihn besonders attraktiv, genauso wie seine 430 Stellplätze mit einer Größe bis zu 160 Quadratmeter. Der Gast kann auf der Liegewiese direkt am Ufer entspannen oder auch im See schwimmen. Zahlreiche Auszeichnungen belegen, dass hier der Schweizer Qualitätstourismus zu Hause ist. Eine Auszeichnung gab es vor kurzem vom Schweizer Tourismusverband. Um den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, entwickelt Familie Zannolini ihren Campingplatz immer weiter. Seit 2012 gibt es Eco-Camping, eine Auszeichnung für Umweltschutz und Qualität. Passend dazu umweltfreundliche Angebote wie zum Beispiel Elektro-Bikes. Auch andere umweltfreundliche Fahrzeuge wie der Renault Twizy, hier links, stehen dem Camper zur Verfügung. Die Freizeitmöglichkeiten sind vielfältig. Baden im Strandbad nebenan, Segeln auf dem Lago Maggiore bzw. eine Schiffsfahrt vom benachbarten Steg nach Locarno. Noch entspannter ist eine medizinische Massage bei Paula im Rustico. Nebenan unter einer schönen Weinlaube sorgen Steingrills und Steintische für ein leckeres Abendessen. Auch die Umgebung kann vom Campingplatz aus gut erkundet werden. Berge und Wasser oder Stadt und Kultur? Das Angebot dieser Region ist vielseitig. Wie zum Beispiel die berühmte Staumauer, von der James Bond im Kino-Hit Golden Eye 200 Meter in die Tiefe gesprungen ist. Oder die doppelbürgige Brücke Ponte dei Salti bei La Vertezzo, ein touristischer Höhepunkt im Tessin. Zurück zum Campingplatz Tamaro. Ein außergewöhnliches Angebot ist die Schönwetterversicherung. Für nur 9% des normalen Übernachtungspreises erhält der Gast jede Übernachtung fast gratis, wenn es während des Tages mehr als 5 mm geregnet hat. Meteo Schweiz als neutrale Instanz stellt die Messdaten zur Verfügung. Camping Tamaro. Besondere Angebote, besonderer Service, besonders schöne Abende am Lago Maggiore.